Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine Freunde. Ich hab heftige Neuigkeiten für euch, einige wissen es sogar schon. Heute, ja, ist der 26.11. und am 28.11. Leute, kommt ein 24-Stunden-Stream, Leute, der wirklich anders wild wird, Leute. Wir werden pro gespendeten Euro, den ich bekomme, eine Minute längerst, ich bin aber gespannt, wie lange ich weiter streamen muss, Leute. Auf jeden Fall von Samstag 10 Uhr bis Sonntag 10 Uhr werd ich live sein, Leute. Wir werden Skincontents machen, wir werden Fortnite-Abo-Zocken machen, ich bekomme gerade einen Anruf, alles klar, Digger, wunderbar. Schneide ich jetzt an der Stelle mal nicht raus, weil juckt mich nicht. So ein Ding ist es, meine Freunde. Es wird auf jeden Fall anders wild, ich werde auch ein paar Verlosungen machen, so wahrscheinlich zu 2-3x10 Euro. Ja, mal gucken, PaySafe-Karten, Leute, müssen wir schauen. Vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, wie der Stream läuft, Leute, also holt alle auf Ehre eure Freunde mit rein. Ich hoffe, ihr seid wirklich alle am Start, Leute, ich brauche jeden Support, den ich bekommen kann, weil mein Kanal läuft momentan anders gar nicht, also mein Kanal läuft halt momentan einfach nicht. Wir haben durchschnittlich so 30, 40 Zuschauer, wenn überhaupt, also es ist richtig rapide runtergegangen, Leute. Deshalb würde ich mich wirklich mega heftig freuen, wenn meinen Kanal wieder zum Laufen bekommen könnten, wenn jeder von euch ein paar Kumpels, ein paar Kollegen dazu holt, Leute, dass wir da wirklich einen heftigen Stream haben mit heftig vielen Zuschauern, Leute. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der da am Start sein wird, Leute, es wird einfach anders wild, Leute. Ihr könnt mir gerne auch noch in den Kommentaren vorschlagen, was ihr da doch alles sehen möchtet im 24er, Leute. Es wird auf jeden Fall wild, wir werden ein Fortnite spielen, vielleicht auch noch ein paar andere Spiele. Wir müssen auf jeden Fall mal schauen, Leute, schreibt mir eure Ideen gerne in die Kommentare, dann würde ich sagen, Leute, was ist mit dem kleinen Infovideo. Ich hoffe, ihr seid dann alle am Start, Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal und... Ciao! Ciao! Ciao!